servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal heute geht es um die woodbox mit dem thema dual für märz 2021 ja ich bin etwas spät dran aber arbeitstechnisch ging es leider nicht anders und hier haben wir das erste item und zwar haben wir hier einen pin von box wie street fighter und co hier mit dem verschluss der verschluss ist immer sehr schön nicht so leicht was nuttuk nehmen wir mal zur seite dann machen wir weiter mit dem nächsten item und hier haben wir eine game flipping coin zu yugio game of game flip coin time to dwell auf der rückseite sehr schön leider habe ich schon sehr viele von diesen münzen jetzt nicht yugio sondern andere da hat ein eine englische box ziemlich damit zugeballert aber für diejenigen die yugio spielen immer noch spielen wir können sie gern verwenden sehr schön dann haben wir hier als nächstes hier haben wir sie und zwar haben wir hier auf biegel auf biegel bilder so rum zu star wars hier diese sind drin die kann man sich auf bügel auf die unterhose oder so wer es will nice kann man machen muss man aber nicht immer haben dann haben wir hier ein t shirt diesmal eine festere tüte kommen dafür aber auch lizenzbare und zwar zum fight club erste regel man spricht nicht über den fight club aber wir sind hier nicht im fight club sind hier bei der beim unboxing und zwar ein schwarzes t shirt ein schwarzes t shirt mit der fight club seife drauf sehr nice kann man machen rosa print auf dem schwarzen t shirt fällt auf jeden fall auf gut t shirt so jetzt fight club t shirt und dann haben wir hier als letztes einen franco pop und zwar den goku aus dragonball z und zwar 20 world world tournament 28 world tournament das sind die anderen aus der reihe das ist die verpackung 703 goku sehr schön sehr nice irgendwas hat hier meine kamera einstellungen irgendwie vor nüddelt komisch verzeiht das bitte aber irgendwer war da an der kamera also hier nochmal der goku pop dragonball gibt es halt so viele pops inzwischen weiß nicht wer die alle noch sammelt da hat man ja ein wohnzimmer voll nur dragonball pops ja dann würde ich sagen schauen wir ins notebook da das ja der letzte artikel war nein nicht die französische seite die deutsche seite war da fangen wir an mit den fango pop da hätte es noch andere gegeben aus der reihe dann haben wir das t shirt die coin 9,90 euro ein bisschen arg teuer finde ich dann haben wir hier die star wars aufbügelbilder und den pin das war der inhalt der box das wäre der inhalt der megawoop box gewesen gewitter bei mir oh und zwar wäre das eine switch ein schwert ein superman die slave one und noch ein switch teil ok da hatte die kamera wohl einen aussetzer also verabschiede ich mich jetzt so ich sag danke für euer zusehen schreibt mir eure meinung zu der box in die kommentare ich freue mich über jeden kommentar wenn euch das gefallen hat like und abonnieren wenn ihr öfters da sein wollt also danke fürs zusehen und auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal